Bevor ich jetzt irgendwo neinspringe, wo ich vielleicht nicht wieder... Geht weg! Klasse. Ich seh so viel, ich seh so viel. Ah! Und ich hab noch vier Health. Ganze vier verkackte Health. Aber ich werd weiter machen. Und ich hab was gefunden, was ich brauchen kann. Und ich leg das bei den Schalter um. War hoffentlich ne gute Idee. Ah ja, geht noch. Was? Soll der doch tot sein? Oder bist du nicht tot? Und jetzt lass mal alles aussammeln. Und wir kommen da draus. Ah ja, okay. Funktion. Was ist da? Nichts. Nichts. Doch so viel. Ist da noch irgendwas? Nein. Okay. Okay. Und von da sind wir gekommen. Dann müssten wir jetzt da weiterkommen können. Nein. Hä? Was hat uns der Schalter dann gebracht? Verwirrung. Kam er irgendwo anders nicht rein? Ah, ich glaub da kam er nicht rein, oder? Guck mal noch nicht rein. Wie ist da? Äh, was ist das denn? Moment, jetzt. Sie kam da raus. Da hatten wir den Schalter umgelegt. Hä? Okay, Moment. Nochmal. Okay, warten, warten, warten. Hau auf. Okay. Jetzt ist der Schalter vielleicht wieder zurück. Nee. Hm. Und es ruckt schon wieder. Ach komm, Fraps. Ich hasse dich. Warum tust du mir das an? Ich will doch nur ein kleines Display machen und du sagst schon Nein, ich rucke jetzt die ganze Zeit. Du kannst gar nichts dagegen tun. Ist mir da vielleicht drauf irgendwo? Nein. Irgendwas habe ich wieder übersehen. Irgendwas. Irgendwo. Irgendwie. Hm. Jam, 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 jam. Äh. Woher ging's denn da? Da bin ich herkommen. Da muss ich nach. Nein. Wir brauchen den Gang key. Äh. Hä? Moment, also da ging's. Kam da vielleicht noch irgendwas? Was? Nein. Da. Nein. Ah. Ich hab's schon immer gehasst. Ich hab du noch nie gemacht. Hab ich jetzt ein Spiel zu sagen. Okay, da ging's nicht weiter. Haben wir festgestellt. Dann da. Dann da. Suchen wir einen Schalter, den wir nicht gesehen haben. Das war so immer so ein Riesenspaß. In allen Shootern. Nein. 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 Vielleicht da? Nein. Auch nicht. Ihr wollt mich doch ärgern, oder? Nein. 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 Moment. Den hatte ich hier umgelegt. Ja. Das war der für die Tür da hinten. Hm. Da war aber auch nix mehr. Ach. Wie ich es hasse. Okay. Wie wohl. Ja. Gut, dass ich weiß, wo ich hin muss. Gut, dass das später dann doch schlimmer wird. Also darfst du mal herkommen. Hm. War da noch irgendwas? Nein. Okay. Ich muss mal wieder zum Augenarzt. Dann seh ich halt so Sachen auch. Wir laufen durch den Wasserfall. Yeah. Das müssen sie aber auch noch ersetzen. Keine neuen Gegner? Nichts? Ich trau das doch ein. Ich trau das einfach nicht. Klar. Nicht. Keine? Da draußen. Das Spiel macht mich leicht paranoid. Glaub ich. Da sind sie. Mega-Sphäre. Nein. Super-Charge. Und... Muss der Unterschied zwischen Mega-Sphäre und Super-Charge. Super-Sphäre. Wer benutzt sie jetzt noch? Und... Ach du Sch... Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, man die BFG zu zeigen. Yeah. Sag Hallo! Ach du Scheiße. Ich hab... Okay. Scheiße. War das eins von diesen großen Viechern? Ja. Ja. Die großen halten zwei oder drei Schüsse davon aus und... Ich lauf natürlich... Direkt ran. Ah, ich hab da gespeichert. Ja gut, ich weiß wo ich bin. Ich weiß wo ich bin. Aber... Ich zeig sie nochmal, weil sie so schön ist. Und zwar gegen die Skelette hier. Oh ja! Mit ihren Ziegelecken geschossen und ich wollte... Ja und so sieht BFG aus. Und... Ich will da rein. Komme ich da rein? Mann, daneben nett. Ich könnte es nochmal laden, aber... Naja, das da oben ist der Große. Das sind die Kleinen. Die haben nur ne Plasma Gun. Nur. Keine Herausforderung also. Wie da oben? Die hatten dann glaube ich den Minigun, wenn ich mich richtig erinnere. Überprüfen wir es? Yeah! Sie haben den Minigun, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hab keine Munition mehr mit der BFG. Sondern... Die hatten weniger. Ich hasse diese Viecher. Ich hab sie schon im Original-Doom gehasst. Die halten so unglaublich aus. Nein, Moment. Im Original-Doom gab es die glaube ich gar nicht. Die kommen erst in Doom 2, wenn ich mich richtig erinnere. Rüsten wir uns vorher nochmal auf. Aus. Auf. Wir schnappen uns alles was rumliegt. Was nicht viel ist. Und ich glaube ich muss dieses Vieh töten. Ganz toll. Ich seh grad noch mehr gegen. Hey! Was soll denn das? Habt Bonnage offen oder was? Und noch mehr. Die töten wir lieber erstmal alle. Tod? Alle Tod. Okay. Ja! Noch mehr! Komm! Wieso teleportieren ich gleich noch ein zweites von diesen Viechern rein? Und warum hab ich nur noch vier Raketen? Treff ich so toll aus der Entferner. Okay. BFG. Nochmal speichern. 畢nen eskind! Ja! Ich bin gerne reiter.